Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Vorstellung der fantastischen Produkte von Ikea, die Ihr Leben schöner, bequemer und komfortabler machen sollen. Unser erster Star des Tages ist die bekannt Aufbewahrungseinheit auf Rollen zum Preis von 309,99 Euro. Es ist nicht nur eine Aufbewahrungseinheit, sondern auch ein vielseitiger zusätzlicher Stuhl für Gäste. Sie können ihn einfach dorthin rollen, wo Sie ihn brauchen. Langlebig und Stabil ist er für viele Jahre gebaut, was ihn zu einer zuverlässigen Ergänzung für Ihr Zuhause macht. Als nächstes haben wir das Neidenbettgestell, ein Schnäppchen für nur 99 Euro. Dieser Bettrahmen ist eine natürliche Schönheit. Sie können sich an seiner natürlichen Massivholzoberfläche erfreuen oder kreativ werden, indem Sie ihn beizen, streichen oder wachsen, um ihn Ihrem Stil anzupassen. Außerdem hat er eine zusätzliche Höhe, sodass Sie Staukästen darunter verstauen können, was Ihr Bett in eine praktische Aufbewahrungslösung verwandelt. Einen Vorgeschmack auf stilvollen Komfort bietet das Sodaham Sofa zum Preis von 999 Euro. Es bietet tiefe, großzügige Sitze, die sich perfekt für die Zusammenstellung Ihrer ganz persönlichen Kombination eignen. Ob Sie alleine fliegen oder mit der ganzen Familie entspannen, das Sodaham ist das Nonplusultra an Stil und Komfort. Wenden wir uns nun der Hämmerback-Bratpfanne zu, die für 9,99 Euro erhältlich ist. Mit diesem kleinen Küchenwunder können Sie ganz einfach einen Sturm kochen. Egal ob Sie Gemüse oder Fleisch braten oder köstliche Leckereien wie Lasagne oder Zimtschnecken backen möchten, diese Bratpfanne hat alles, was Sie brauchen. Geben Sie einfach Ihre Zutaten hinein und lassen Sie den Ofen den Rest erledigen. Glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick? Begrüßen Sie das Parup Sofa zum Preis von 499 Euro. Es besticht durch sein schlichtes Design, den schnellen Aufbau und die pflegeleichten Eigenschaften des abnehmbaren und waschbaren Bezugs. Dieses Sofa ist die ideale Wahl für kuschelige Abende und gute Gespräche, denn es heißt Ihre Lieben willkommen. Für einen Hauch von Eleganz zu einem erstaunlichen Preis haben wir den Ofdust-Teller für nur 0,99 Euro. Er hat das gleiche Aussehen und die gleiche Haptik wie Knochenporzellan, ist aber aus gehärtetem Glas gefertigt, sodass wir ihn zu einem Bruchteil des Preises anbieten können. Er ist eine elegante Ergänzung Ihres Geschirrs, perfekt für den täglichen Gebrauch. Peppen Sieh Ihre Küchenorganisation mit dem Reitan Spice Jar zum Preis von 4,99 Euro auf. Es ist nicht nur ein Glas, sondern ein glückliches Zuhause für Gewürze, Haferflocken, Linsen und mehr. Aus klarem Glas gefertigt, können Sie leicht erkennen, wann es Zeit für Nachschub ist. Stellen Sie es auf ein Regal oder in eine Schublade in der Nähe des Herdes, damit es leicht zugänglich ist. Der Borgebü Couchtisch zum Preis von 1,99 Euro sorgt für einen Hauch von visueller Ruhe in Ihrem Wohnbereich. Seine stilvolle und luftige Form verleiht Ihrem Raum einen Hauch von Ruhe. Und dank der praktischen Ablagefläche unter der Tischplatte ist es ein Kinderspiel, Ihre kleinen Gegenstände zu organisieren und Ihren Raum Tadellos aussehen zu lassen. Wenn Sie auf der Suche nach einer Allzwecklösung für Ihre Küche sind, ist der Clockreen Universaldeckel für 19,99 Euro genau das Richtige für Sie. Diese Silikondeckel passen auf alle Ihre Töpfe und Pfannen, egal ob auf dem Kochfeld, im Ofen, in der Mikrowelle oder im Kühlgefrierschrank. Und das Beste daran? Sie können in der Maschine gewaschen werden, was die Reinigung zu einem Kinderspiel macht. Für die alltäglichen Verschmutzungen gibt es die Pepprik-Staubwischer und Bürste zum Preis von nur 2,99 Euro. Es ist ein leichtes und praktisches Set, perfekt für schnelle Aufräumarbeiten. Da die Bürste an der Pfanne befestigt werden kann, ist sie leicht zu verstauen und immer bereit, um Krümel und verschüttete Flüssigkeiten zu beseitigen. Zeit, einen Klassiker wieder aufleben zu lassen, den Strandmon Wingchair zum Preis von 2,99 Euro. Er ist ein zeitloser Favorit, der ursprünglich in den 1950er Jahren auf den Markt kam und nun mit der gleichen Handwerkskunst, dem gleichen Komfort und dem gleichen Aussehen zurückkehrt. Genießen Sie also einen Hauch von Nostalgie mit diesem wunderbaren Stück in Ihrem Zuhause. Für eine sauberere, besser organisierte Küche haben wir den Family Papierhandtuchhalter für nur 2,99 Euro. Mit seinem hübschen Design und einer praktischen Schlaufe für die Papierrolle macht er es einfacher, Ihre Küche und Ihr ganzes Zuhause sauber und ordentlich zu halten. Bringen Sie Licht in Ihre Einrichtung mit der Stockholm 2017 Tischleuchte zum Preis von 9,99 Euro. Ihre glänzende Oberfläche lässt Sie wie ein Juwel aussehen und verbreitet ein angenehmes Licht nach oben und unten, ohne zu blenden. Mit einem Dimm-Schalter können Sie die perfekte Stimmung für jeden Moment schaffen. Wenn Sie einen vielseitigen Tisch für zwei Personen suchen, sollten Sie den Gras-Ala-Tisch in Betracht ziehen, der für nur 69,99 Euro erhältlich ist. Sein langlebiges und stabiles Design ist ideal zum Essen, Arbeiten, Unterhalten oder Basteln. Er ist perfekt für kleinere Räume und lässt sich wunderbar mit dem Gras-Ala-Stuhl kombinieren. Schließlich haben wir noch den Kulturskog-Pflanzenständer zum Preis von 54,99 Euro. Dieser Klassiker wurde ursprünglich 1957 in unserem Katalog unter dem Namen Balja als Lösung für Ihren Wintergarten vorgestellt. Er ist ein zeitloses Beispiel für Ikea-Ikonen, die in der Nü-Tilver-Kart-Kollektion neue Farben erhalten haben. Zum Schluss haben wir noch die Windflakt-Vase zum Preis von 7,99 Euro. Verwenden Sie diese eleganten Vasen mit Blumen oder als Einzelstücke. Sie sind in jedem Fall schön. Sie verleihen jedem Raum einen Hauch von Eleganz und Charme. Sie sehen, amacı je nachdem, bis zum Schluss. Sie sehen, am nächsten Mal. Hau! Hier sind sie. Sie sehen, am nächsten Mal. Und hier sind sie dabei, mit dem Schleuchten Modeln. Bis zum nächsten Mal.